Hallo und herzlich willkommen zurück zu Medieval Dynasty. So, jetzt gehen wir erstmal schlafen. Wir haben den nächsten Tag, den letzten Herbsttag, bevor Winter kommt und der Winter wird so schön. Könnt ihr mir glauben, der Winter ist einfach so schön. So, wir nehmen mal die Riesenpilze jetzt hier noch mit. Die Federn, die wir gestern noch gesammelt haben, packen wir rein. Und heute habe ich gesagt, mal gucken, den einen Fuchs noch und das eine Wildschwein brauchen wir noch. Und wir müssen unsere Hasenfalle mal da hinten holen, die ich vergessen hatte, wo wir zuerst gebaut hatten. Da oben sehe ich noch ein paar Riesen-Schirmpilze, die nehmen wir natürlich jetzt mit. Wir wollen noch ein bisschen Gold machen heute, weil sobald das neue Jahr anfängt, kriegt man die Quest, bezahle deine Steuern. Sagen wir mal. Pilz da. Okay, ein bisschen, man muss irgendwie ein bisschen um der Ecke denken, ne? Manchmal, damit man die Sachen kriegt. So. Also jetzt ist erstmal Priorität, zu der Hasenfalle zu kommen, damit wir die abbauen können. Und, äh... Sag's mal, ja. Dass wir die dann bei uns da hinstellen können, ne? Damit wir wenigstens immer ein bisschen was kriegen. Weil durch die Hasenfalle, wenn du was fängst, levelst du ja auch, äh, dein, dein, äh, Jägerwissen, ne? Stand ja auch da, durch Fallen und so. Fallen, jagen. Äh, ja. Häuten. Ne? Durch sowas alles. So, wie gesagt, auf dem Weg, die ganzen Pilze sammeln. Die bringen wieder jeweils zwei Gold. Da ist sie, ich seh sie schon. Sehr nah. Oh, da gibt's noch eine Nebenquest. Da müssen wir, aber ich glaube, ich weiß welche, das ist die, mach ich nicht, Jana. So, wie viele Prozenten, die ist sogar auch gleich kaputt. Sehr schön. Der Nimm, ein Leder, zwei Fleisch. Sehr schön. So, der guckt mal mal hin. Ich glaube, ich weiß, was die will. Die, das ist immer eine, die gleiche Nebenquest. Hast du immer jede Jahreszeit, kannst du die einmal machen, glaube. Und die will immer einen Eimer haben. Das Problem ist, wenn du den selber noch nicht herstellen kannst, kannst du den zwar kaufen. Oh, der ist schweineteuer. Deswegen lasse ich die meistens jetzt immer weg, äh, weil, ähm, ja, wir müssen selber erst mal zusehen, dass wir hier zur Rande kommen. So, fahr lieber, mein Junge, fahr lieber, komm her, ja. Rutsch mal ran, ja, Junge. Ich hab für dich was. Ein paar Pilze, damit du deine Familie ernähren kannst. So, hier hast du noch zwei Fleisch. Ne? Ja, guck nicht so grimmig. So, macht's gut. So, jetzt, wir gucken mal hin, was das für eine ist. Äh. Ne, okay, den hab ich noch nicht gehabt. Wiele, bitte, oder wie heißt, ne? Wiele, bitte, wiele, beid. Kann ich dir bei etwas helfen? Äh, nicht wirklich, nein. Bist du sicher? Du scheinst sehr aufgebracht zu sein. Ah, ich hatte einen Streit mit meiner Frau und jetzt will sie nicht einmal mit mir reden. Vielleicht könnte ich mit ihr reden und sie überzeugen, dir zu verzeihen. Du würdest das für einen Fremden tun? Ich danke dir vielmals. Ich bin gleich wieder da. Tschüss. Erwina, hallo, schöne Frau. Hallo, was willst du? Ich denke, du sollst mit deinem Mann versöhnen. Er vermisst dich. Und er schickt einen Fremden zu mir, anstatt selbst herzukommen. Er ist so faul. Ich kann mich nicht einmal daran erinnern, wann er mir das letzte Mal Obstkuchen zubereitet hat. Oh Gott. Früher hat er es einmal in der Woche gemacht. Nun kommt er von der Arbeit und legt sich direkt ins Bett. Ich denke, ich sollte gehen. Ich konnte deine Frau nicht davon überzeugen, zurückzukommen. Sie sagte, du wärst faul geworden. Irgendwas mit Obstkuchen. Und sie wäre wütend, dass du einen Fremden schicken würdest, anstatt selbst mit ihr zu reden. Warte, du erwähnst Obstkuchen. Das ist es. Ich bin sicher, wenn ich ihn wie früher zubereite, wird sie mir noch eine Chance geben. Weiter. Fremder, ich bitte dich nur noch... Was? Ich bitte dich nur ungern noch einmal um deine Hilfe. Aber ich brauche einige Zutaten für die Zubereitung der Mahlzeit. Kannst du sie für mich besorgen? Ich habe bereits einige, sodass ich nur noch ein paar brauche. In Ordnung, ich komme schnell wie... Ja, Ende des... Okay, warte mal. Ich muss mich ins Journal gucken. Was brauchen der? Bären. Der braucht Bären. Willst du mich verarschen? Alter, es ist Winter. Wir haben keine Bären. Also nicht Winter, es ist Herbst. Wir finden noch nie eine Nummer Bären. What? Bären, der will Bären haben. Ich habe keine Bären. Oh, nee, ehrlich. Übrigens, hebt euch Bären auf, ne? Nicht alle verkaufen. Wenn ihr welche pflückt. Hast du Bären, Junge? Du hast keine Bären. Alter, was bist denn du für einer? Hier hat deine Frau, Ida. Sie ist im Moment nicht interessiert. Ey, ich will kaufen. Alter, was stimmt denn mit dir nicht? Ida, ich will kaufen. Ich will kaufen. Jetzt will ich nicht mal was verkaufen. Hi, Inga. Tschüss. Der will Bären. Ja, das ist dann eine Quest, die scheitert und meine Reputation sinkt. Herzlichen Glückwunsch dazu. So, jetzt sehe ich Jagen. Zeig die Schnauze voll. Alter, okay. Also Obstkuchen im Herbst. Ah, ja. So, ein Pilz. Noch ein Pilz. Noch ein Pilz. Noch ein Pilz. Die bringen ja gut Gold. Haben wir ja gelernt. So, zack, zack, zack. Aber Bären, Alter. Ohne Witz. Hier, das sind eigentlich Bärenbüsche. Aber hier hängt doch nichts mehr dran. Das ist der Herbst. Finde ich aber auch ein bisschen komisch, dass im Herbst keine Bären gibt. Also eigentlich hängen mitunter noch welche im Herbst. Wir haben früher auch bei uns zum Beispiel Bären gehabt. Johannesbären, Blauebären. Im Garten jetzt, ne? Früher war ja das noch so üblich. Ja. Ach, wir hatten auch Hühner. Wir hatten Schweine. Wir hatten alles. Ist jetzt kein riesengroßer Bauernhof gewesen. Also es ist wirklich nur so privat für sich selbst zum Versorgen. Schon nicht schlecht. Schon nicht schlecht. War eine schöne Zeit, muss ich ganz ehrlich sagen. Natürlich hast du viel Arbeit gehabt. Heutzutage, das Leben ist so entspannt. Und wenn du irgendwas brauchst, siehst du ein nächstes Geschäft. Kriegst du es hinterhergeschmissen, auf Deutsch gesagt. Weil es wirklich spottbillig ist. Was auch nicht gut ist. Aber früher, wo du das alles so selber hattest, musst du dich halt um die Nahrung für die Tiere kümmern und alles. War schon interessant, ne? Aber wie gesagt, denn hier stundenlang hier vor so einem scheiß Rechner sitzen und zocken. Ne, das war nicht. Das war nicht, gab es ja gar nicht. Sonst wären sie früher alle schon so fahrbar gewesen. Guck mal, da hinten ein Epison. Epison, das wollen wir jetzt nicht, mein Junge. Obwohl der wahrscheinlich Haufen Punkte bringen würde. Ich will ein Schmein. Alter, nicht eine Bäre ist hier dran. Im Herbst kriege ich diese Quest, dass der Bären will. Alter Falter, man kann sie nicht kaufen. Also zumindest weiß ich nicht, ob das irgendwo machbar ist, dass irgendjemand jetzt im Herbst Bären verkauft. Da sammle ich lieber Pilze und nehme das in Kauf, dass ich da Minus kriege. Weil das ist mir ein bisschen zu bläder. Alter, was sammelst du denn? Du sollst den Pilz sammeln, Kollege. Das kann ja wohl nicht wahr sein. Also irgendwie kriege ich Haufen Sachen ins Inventar, aber nicht das, was ich will. De Pilze. So. Moin. Moin. Alter, die Rehe, ne? Haufen Rehe. Ein Wildschwein und ein Fuchs brauch ich. Ja, so ein Fuchs. Das tut mir leid. So, da haben wir den Fuchs erledigt. Jetzt brauchen wir nur noch ein Wildschwein. Sehr nice. Ja, die Späre kriegst du automatisch. Siehst du, da, Hildschwein, Hildschwein, zwei Pilze, zwei Fleisch. Äh, die musst du jetzt nicht extra vorher pflücken von dem. Wenn die in ein Tier stecken und du das Tier dann, äh, ausnimmst, äh, kriegst du die auch automatisch wieder. Ist auch mit den Pfeilen vom Bogen so. Also, du musst nicht erst hier versuchen, drumherum zu gehen und zu versuchen, die Sachen so zu kriegen. Ne, ne, das, äh, die kriegst du dann automatisch wieder mit. So, ein paar Pilze noch. Pilze, Pilze. Ja, meine Frau hatte übrigens die Idee, oder, äh, angeblich hat sie das so mitgekriegt, äh, dass wenn man Bären pflückt und sie im Winter verkauft, dass man mehr kriegt. Also, statt ein Gold, zwei Gold für eine Bäre. Äh, dem ist leider nicht so. Ich hab das dann nochmal getestet. Äh, schade, wär geil gewesen, dass man, äh, bestimmte Sachen halt in einer bestimmten Jahreszeit verkauft. Aber wer weiß, was nicht ist, kann ja noch werden, ne? So, so, Pilze, 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 Pilze. Da, da, da. So, jetzt muss ich mal gucken, wo hier noch, hier sind noch Pilze. Naja, nimm erst den Stück. Erst den Stück. Wir werden nicht drumherum kommen, ein bisschen tiefer in den Wald zu gehen. Wildschwein. Wildschwein, ich brauche nur noch ein Schwein. Da ist ein, ne, das ist ein Bison. Ich will ein Wildschwein, kein Bison. Es gibt so viele Stellen, wo diese Wildschwein eigentlich sind, ne? Aber irgendwie... Hm. Mahlzeit. So. Da hinten ist noch ein Dorf, da war ich auch noch nicht. Können wir mal hingucken. Wenn wir jetzt einmal hier so schön unterwegs sind. Vielleicht können wir da noch ein paar Pilze verkaufen. Vielleicht hat die Bären, das wäre natürlich der Hammer. Das wäre natürlich der Hammer. So. Wie gesagt, ich weiß ja nicht, ob man es vielleicht... Ob jeder Laden irgendwo andere Sachen hat, die er verkauft. Aber Bären, ich bin mir da irgendwie sicher, dass ich die Nürnungsfuhr zum Kaufen bekommen hatte. Ich suche immer noch ein Wildschwein. Hier sind noch ein paar Pilze. Die nehmen wir jetzt noch mit. Weil wenn da ein Laden ist, dann können wir das nämlich gleich verkaufen. Dann machen wir wieder Gold. Schäne, Gold machen. Schäne, 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 Schäne. Das wird auch im nächsten Jahr, also im neuen Jahr, dann nach dem Winter. Da werden wir uns schön drauf konzentrieren, Gold zu kriegen. Und den ersten Einwohner auf jeden Fall. Wir brauchen auf jeden Fall einen Einwohner. Und den werden wir natürlich für die Jagdhütte dann... Weil die Einwohner, wenn du die in der Arbeit zuteilst, wie zum Beispiel in der Jagdhütte, levelst du automatisch mit. Das heißt, er levelt quasi deine Skills hoch. Finde ich auch richtig geil. Das ist dann quasi eine passive Skill, weißt du? Wenn der nämlich auf die Jagd geht und irgendwas macht, dann kriegst du halt diese Erfahrungspunkte. Finde ich richtig klasse. Also wirklich mit diesem Spiel haben sie es echt rausgehauen. Das muss ich ganz ehrlich sagen. Wo wart ihr die ganzen Jahre? Wieso jetzt erst? Oh Mann. Ach ja, Schäne. So. Da drüben sind noch ein paar Pilze. Die nehmen wir mit. Ein paar Pilze. Ein paar Pilze. Immer diese Pilze. Ja, aber es ist nun mal, ne? Du bist hier sehr viel am Sammeln und am Jagen. Und bis du nachher, sag ich mal, so einen Standpunkt hast, dass das alles von alleine geht. Weil du so die Leute hast. Du hast einen Sammler. Du hast einen Jäger. Du hast zwei, drei Farmer. So, wie sieht's denn aus hier? Daku, was hat denn der? Was wollten wir als erstes? Einen Jäger. Der hat vier und der hat drei. Der wäre doch er hier. Moin, grüß dich. Hey, hast du einen Moment Zeit für mich? Wie ist die Arbeit? Okay. Das war schon mal scheiße. Na, Mäuschen? Alles klar? Was für ein Tag. Oh Gott. Oh Gott. Ich hasse das. Ich hasse das. Wenn man immer die falschen Antworten gibt und dann gleich schlagartig runter geht. Das ist so furchtbar. Aber vielleicht gibt's ja da Hinweise, was man am besten auswählt. Grüß dich, Norbert. Norbert, mein Freund. Gucken wir, was hat er denn? Kohl, Dünger, Kohlsamen, Tierfutter. Wir nehmen auf jeden Fall mal vier Kohlsamen mit. So, den Rest brauchen wir nämlich nicht. So, hier. Zack. Bäms. Äh, Fleisch. Bäms. Pelz. Pelz behalte ich hier. Die Stecker kannst du noch haben. Und ansonsten war's das schon. Ich danke dir vielmals, mein Freund. So, haben wir hier noch irgendwas? Nö. Nö. Alter, wie viel gibt's denn hier? Ey, wie viele Leute gibt's denn hier in dem Dorf, bitte? Ist ja Wahnsinn, ne? Ihr könnt mit zu mir kommen, wenn ihr noch Lust habt. Aber ich glaub, da müssen wir noch ein Häuschen bauen. Ja. Gibt's nix drin. So. Ich würde sagen, wir laufen aber mal schon mal Richtung Heimat. In der Hoffnung, dass uns noch ein Wildschwein über den Weg läuft. Bären hatten sie natürlich auch nicht, habt ihr ja gesehen. Die Quest wird uns wohl abhanden kommen. Das Schöne ist, wenn wir jetzt den Weg hier lang laufen, kommen wir genau dahin, wo wir hinwollen. Nach Hause. Wir sammeln natürlich noch ein paar Pilze. Ihr seht schon, ne? 60 Pilze, 120 Gold, das ist echt nice. Und wenn man die Pilze hier so sieht, dann kann man sie gleich mitnehmen. Wisst ihr, hier kommt gleich den nächsten, den nächsten Pilze. Also warte mal, was haben wir noch heute? Heute haben wir Mittwoch. Also heute, wo ich aufnehme, ich nehme natürlich ein paar Folgen am Stück auf, ist ja klar. Also Mittwoch, den haben wir für Donnerstag und Freitag. Dann müssen wir Samstag sein. Oh mein Gott. Ich weiß nicht, wie ich das schaffe. Ja. Wenn aktuell, Leute, wenn aktuell mal eine Folge bei mir nicht auf den Kanal kommt, seid es mir nicht böse. Es ist momentan zeitlich, zwecks Aufnehmen ist jetzt nicht, wie soll ich sagen. Ja, es ist halt nicht immer drin, dass ich aufnehmen kann. So. Weil es einfach nicht geht, ne? Also von daher bitte nicht böse sein oder so. Folgen kommen auf jeden Fall wieder. Und bis jetzt kommen ja auch täglich Folgen. Ist ja nicht so, dass jetzt ja keine Folgen kommen. So, warte mal. Jetzt muss ich mal kurz gucken. Wir sind da. Wir müssen jetzt eigentlich nach da laufen. Genau. So. Ja, erst mal der Fakkei rausgeholt. Da sind Pilze. Ich sehe es. Jo. Ganz viele. Ganz viele, ganz viele. Dä, 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 dä. So. Tja. So, noch ein Pilz. Sehr schön. Das ist alles. Jeder Pilz sind zwei Gold. Das ist ja Dagobert Duck mit Pilzen. Das ist ja. Einfach zu geil. Wir brauchen doch immer noch ein Wildschwein. Also das mit dem Wildschwein ist mir... Also eigentlich habe ich immer sofort welche gefunden. Aber jetzt irgendwie haben sie keine Lust. Jetzt haben sie... Kann das vielleicht auch in der Jahreszeit liegen, dass die im Herbst sich zurückziehen? Ich weiß... Das weiß ich jetzt nicht. Ja, guck mal, wie viele Rehe hier sind und Füchse und... Ja, toll. Der ist ja gleich kaputt hier. Das Wildschwein? Ich glaube, wir haben jetzt auch nur noch diesen einen Sperr, ne? Das heißt, wir müssten uns ja gleich mal noch ein paar Sperre kraften. Kraften? Kraften, kraften. Aber erstmal müssen wir trinken. Junge, trinke. Mein Junge. So. Jetzt müssen wir mal kurz ins Inventar gucken. Sperre haben wir nämlich nur noch einen. So, da brauchen wir die Axt. Dann nehmen wir hier den Baum. Da würden wir ein paar kriegen. Aus einer Birke kriegst du immer zwei. Aus Ahorn kriegst du immer vier. Und aus Kiefer kriegst du immer drei. So. Das habe ich mir nämlich schon gemerkt. Eins. Zwei. Drei. Vier. Siehst du? Was denn hier sagt? So. Er, E, zack. Alle vier herstellen. Da haben wir wieder Sperre. Ja. Ich weiß auch mittlerweile, wo eine Mine ist. Ich habe hier doch zwar eine Bärenhülle. Ne, ist die Mine. Es soll zwei Minen angeblich geben. Oh, Crafting. Geil. Wir haben Crafting. Ein neues Level. So. Ich brauche... Ich sehe, glaube ich, da hinten ein Wildschwein. Wenn das ein Wildschwein ist, dann bin ich auch ein Wildschweiner. Das wird kein Wildschwein sein. Also bin ich auch kein so. Also wie viele Rehe und Hirsche, ne? Ne, ich dachte hier oben, warum das einfach nur ein Erdhuckel? Oh ja. Naja, die sehen ja fast so aus, ne? Die Musik ist gerade... Fürs Jagen ist die jetzt nicht so geeignet. Ich will doch nur noch ein Wildschwein. Menschenskinder. Ein Wildschwein. Ein einziges Wildschwein. Ein bisschen Zeit haben wir ja noch. Das ist ja schön, ne? Wildschwein. Wildschwein. Das ist wie bei Asterix und Obelix. Du bist ein Wildschwein. Du bist ein Wildschwein. Ja, ich bin ein Wildschwein. Ich bin... Einfach zu schön. So. Ja, Wildschwein haben wir wieder nicht erfunden. Mein Gott, ey. So, vielleicht hat die Dame jetzt... Packen wir das Speer weg, sonst kriegen sie Angst. Moin. Ja, ich hab wieder was für dich. Ah, ist jetzt nicht die Masse. Gucken wir nochmal, 15 Stecker. Hier hast du noch zwei Fleisch. Gucken wir, wir haben 1086 Gold, so schnell geht's. So, alles andere behalten wir, ja, haben wir gesagt. So, tschüss. Redest du jetzt mit mir? Nein, immer noch nicht. Mein Gott, ey. Schade. Ich hatte die Hoffnung, dass man vielleicht bei der kaufen kann, ne? Oh, noch ein Pilz. So, alles, was wir jetzt noch am Pilze pflücken, ist nochmal alles Gold für uns. Äh, ist natürlich... Wir gehen jetzt mal rüber. Auf die andere Seite. Weil eigentlich da so hinten drin, da sind eigentlich immer Wildschweine, aber irgendwie... Vielleicht haben sie jetzt die Sporen, dass man erst ein bisschen weiter weg sein muss, weißt du wie? Kann ja auch sein. Ich weiß nicht, wie das Sporenverhalten ist. Äh, ob die, äh... Egal, ob du daneben stehst oder nicht sporen, oder ob die nur sporen, wenn du eine gewisse Reichweite weit weg bist. Oh mein Gott, was für ein Deutsch. Und da war die Musik schon wieder, Alter. Sehr schön. Und es fängt gleich die nächste an. Das ist ein... Top, schön. Sehr schön. Sehr schön. So, ich muss öfters mal die Temperatur von meiner Grafikkarte im Auge behalten. Ja, der Fehler hat sich immer noch nicht behoben. Und ich werde zu 95% demnächst die alte Grafikkarte einbauen. Die arbeitet wenigstens vernünftig und viel, viel leiser wie die hier. Also, ich habe keine Ahnung. Es ist... Wir haben schon so viele Tipps gehabt. Und auch, äh... Wo letztens die Selina, äh, Livestreamt hat. Äh... Hat man auch mal so ein bisschen nachgefragt. Äh, da haben auch, äh, einige geschrieben, äh, was man machen kann. Und wir haben das alles ausprobiert und alles nix geholfen, ne? Tja. Keine Ahnung. Das einzigste, was ich mir jetzt noch vorstellen kann, ist, das habe ich noch nicht ausprobiert. Das werde ich dann testen. Das ist der letzte Schritt, den ich dann auch mache, bevor ich dann sage, okay, ich baue die alte ein. Äh, das ist die Grafikkarte in einen anderen, äh, Steckplatz zu stecken. Das Problem ist daran dann wieder, wenn die, wenn die dann auf einen anderen Steckplatz laufen würde, so wie sie sollte, ist das Problem, dass sie dann mir zu nah an der SSD hängt. Das heißt, die SSD wird dann zu schnell mit zu schnell heiß. Also, zu schnell, zu schnell, ne? Ist da unten der Wildschwein? Ich glaube, da unten steht der Wildschwein, oder? Ich weiß nicht. Hier sind auf jeden Fall jede Menge Pilze, die sammeln wir mal allein. Ja, ich weiß. Das Sammeln, das Sammeln, das ist jetzt... Aber hey, danach, vielleicht haben wir ja dann Glück, wenn wir das eine Wildschwein noch haben, dass wir ja dann doch schon bauen können, die Jägerhütte. Da würde ich sagen, bauen wir die dann im Winter. Okay, Wildschwein macht es schon mal nicht. Hier sind nur so ein paar weiße. Na, Giftpilze wollen wir natürlich nicht sammeln, die Fliegenpilze. Die können stehen bleiben. Die brauchen wir nicht. So. Guck mal, da hinten sind auch noch welche. La, 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 Wildschwein. Da ist ein Hase. Aber kein Wildschwein. So. Ich bin auch im Überlegen, dass wir vielleicht jetzt im Winter dann, äh... Wenn wir die Quest auch endlich mal fertig haben. Wir werden erst mal die Quest machen. Das ist erst mal wichtig. Äh, und dass wir dann im Winter uns mit den Sperren beschäftigen. Dass wir uns ein paar Äxte machen. Und mit diesen Äxten dann, äh, Bäume fällen. Aus diesen gefällten Bäumen Sperre herstellen. Und die Sperre dann verkaufen. Wie gesagt, wir brauchen ganz viel Gold. Weil, äh, hinten raus, nachher brauchst du viel Gold. Du musst ja auch immer jährlich deine Steuern zahlen. Und umso mehr Gebäude du gebaut hast. Umso mehr Felder du hast. Umso mehr Steuern musst du bezahlen. Das ist ja klar, ne? Ach, dass das früher im Mittelalter schon so krass war mit den Steuern, ne? Na, Frau Merkel? Wissen wir da was nicht? Tut mir leid. Eine Zeitreisende. Herrlich. Oh, neues Level überleben. Alter, erschrecke ich mich da immer. Mein Gott, wieso ist denn das so laut? Ich glaube, ich muss das leiser drehen. Das sind, glaube ich, die Effekte, ne? Mein Herren, ey. Boah. Da kreiste ja ein Herzefakt, mein Junge. Ein Herzefakt. Ne, ja nicht. Bloß nicht. Hey, ich will nur die Pilze. Und ein Wildschwein. So, gab's jetzt übrigens auch mit den letzten... Na ja gut, ich weiß nicht, ob das jetzt der letzte war, wo die Folge rauskommt. Aber man hat ja gepatcht, dass man jetzt mehr Steine findet. Was ja auch sehr schön ist. Weil viele hatten ja anfangs das Problem, dass man kaum Steine gefunden hat. Ich war einer davon. Aber ich hab mich nicht beschwert, deswegen, weil ich hab's in der Rat doch gefunden. Man musste nur die Augen aufhalten. Ehrlich, das kann nicht sein, dass uns das letzte Wildschwein fehlt. Ich will jetzt das Wildschwein. Komm her, du Wildschwein. Wo bist du? Wildschwein! Wildschwein! Nichts. Nichts. Kein Wildschwein. Absolut kein Wildschwein. Ja, ich glaub, da ist was mit dem Patch. Gewildschwein patcht worden. Na ja. Wildschwein. Ich will ein Wildschwein. Du kleines Wildschwein, wo bist du? Es darf auch ein großes sein. Wildschwein. 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 Einfach kein Wildschwein. Reh. Reh. Ja, lauf weg. Ich will dich nicht. Ich will nur noch ein Wildschwein. Ehrlich, das kann nicht wahr sein. Ehrlich, das kann absolut nicht wahr sein. Huch. Ich dachte, ich bin über eins gestolpert. Das wäre noch so ein Scherz gewesen. So, na ja, auf jeden Fall wissen wir eins. Wir haben gleich Winter. So, natürlich wird die Quest dann versagen. Das ist klar. Weil, äh, wie kann man im Herbst so eine Quest aber auch rausgeben? Aber ich glaub, mit den Quests, da müssen sie auch noch ein bisschen nachlegen. Was jetzt so, so die Nebenquests angeht. Weil es sind verdammt wenig. A. Und B. Sind die, sind die irgendwie komplett fehl am Platz. Die gehören eigentlich nicht dahin, wo sie hin sollten. Weißt du, wie? So, Wildschwein. Ein Wildschwein. Wir finden einfach kein Wildschwein. Gut, vielleicht haben wir im Winter ein bisschen mehr Glück. Ja, ich nehm jetzt die ganzen Pilze mit. Die lassen wir auch im Inventar. Ich bin überladen. Ich bin etwas überladen. Hm, mach man da. Erstmal die Pilze noch sammeln. Also mal weiter überladen. Den Stein nehmen wir auch noch mit. So. Und damit wir nicht mehr überladen sind. Wir wissen es ja. 20 Stücke. Huch. Oh nein, da war, da war eben, äh, wir haben noch dieses, äh, jetzt mach doch mal hin hier. Und auf die Stücke. Ach, ich muss erst X drücken. So, jetzt weg. Zwei Kilo. So, Fähigkeiten. Warten wir. Hier. Einmal da. Da hatten wir Überlebenssinn. Überlebenskünstler. Was hat man noch? Athlet. Solide wie ein Fels. Nehmen wir das erste Mal. So, und dann hatten wir Crafting. Oh, da haben wir noch gar kein Level hier abzüglich gerade. Dann nehmen wir doch hier auf jeden Fall, dass wir mehr XP kriegen. So, jetzt ab nach Hause. Wildschwein ade. Das zieht sich ganz schön lange mit dem Wildschwein, ne? Hier sind noch Pilze. Hier sind noch so viele Pilze. Wie gesagt, die sind jetzt in der nächsten Jahre Zeit, wenn wir jetzt schlafen gehen, sind sie weg. Ja, jetzt ist es mir egal, weil ich will auf jeden Fall, dass wir nochmal richtig schön mit den Pilzen nochmal ein schönes Polster an Gold machen. Das, wie gesagt, dass wir, wie gesagt, wir werden Gold massig brauchen. Und es ist immer schön, wenn du ein bisschen was da liegen hast an Gold, weißt du? Ich frage mich, wie das dann wird, wenn dann Anfang nächsten Jahres, im ersten Quartal übrigens, ist planmäßig geplant, dass dann mit Banditen und sowas kommt. So, wir werden uns hier drin jetzt schnell ein Feuerchen machen. Sehr schön. So, einmal die Truhe bitte, das Leder und alles bitte rein. Kohlsamen rein, das Leder rein, den Pilz rein, den Stein rein. Und... Schade, dass man hier nicht eingeben kann, wie viel da reinpacken willst. Ja, genau 1000. So, 1000 Gold rein, auch nicht schlecht. So. Und dann... Sind wir schon nicht mehr überladen. Sind auch noch ordentlich 132 Pilze. Weißt du, wie viel Gold das gibt? Ist ja Wahnsinn. Gut. Naja, Freunde, ich würde sagen, da sehen wir uns zur nächsten Folge wieder. Dann gehen wir rüber im Winter und dann gucken wir mal, ob wir endlich das eine Wildschwein noch kriegen. Und damit meine ich die Jagdhütte bauen können. Das möchte ich dann auch im Winter machen, ne? Und Sperre wollen wir machen. Gold machen. Na gut, also vielen Dank. Bis dahin. Ciao, ciao.